Rosen, meine Lieblingspflanze. Mit Rosen fängt die Liebe an. Und jetzt ein Tipp von mir. Wenn Sie ein altes Rosenbeet haben und das erneuern wollen, dann müssen Sie die Erde austauschen. Die Rosen sondern nämlich Stoffe aus, die die neuen Rosen nicht vertragen und dann nur kümmern. Also ungefähr einen halben Meter tief austauschen, eine frische Erde rein und die neuen Rosen wachsen wunderbar und Sie werden Ihre Freude daran haben. Vielen Dank.